Vor kurzem haben wir uns allgemein damit beschäftigt, wie man Mäuse bekämpft und sind die verschiedenen Herangehensweisen durchgegangen. Heute werden wir uns dann im Detail damit beschäftigen, wie und wo man Mäusefallen dann richtig aufstellt. Beginnen wir aber mal damit, wo man Mäusefallen am besten aufstellt. Es empfiehlt sich vorher immer die Stellen zu suchen, wo sich Mäusekot befindet oder wo die Umgebung etwas angeknabbert ist. So kannst du dir sicher sein, dass hier auch wirklich Mäuse sind. Beim Aufstellen der Falle ist es auf jeden Fall hilfreich, sich etwas in die Maus hinein zu versetzen. Mäuse bewegen sich nämlich gerne an Wänden entlang, weil sie sich auf der offenen Fläche nicht so gut orientieren können. Also eignen sich besonders die Aufstellorte direkt an Wänden und auch so, dass sie von beiden Richtungen in die Falle laufen können, also mit dem Köder zur Wand. Da die Mäuse sich am meisten zwischen Futter- und Nistplatz bewegen, solltest du auch schauen, ob du solche häufiger genutzten Wege ausfindig machen kannst, denn dort ist es dann auch am effektivsten. Beim Aufstellen der Falle ist es dann sinnvoll, Handschuhe zu tragen, um keinen Menschengeruch an die Falle zu bringen. Der würde zwar auch irgendwann verfliegen, beziehungsweise der Menschengeruch ist ja auch irgendwie keine Seltenheit im heimischen Haushalt der Menschen, aber so kann man seine Chance nochmal etwas mehr optimieren. Zur Beköderung empfehlen wir unsere Nara-Lure. Das ist ein synthetischer Kunststoff zum Bestücken unserer Gorilla-Traps-Fallen. Der riecht stark und zieht die Naga dann in die Falle. Es gibt einen ganz klaren Vorteil im Gegensatz zu allen anderen herkömmlichen Ködern aus Lebensmitteln wie Erdnussbutter, Schokolade oder Nuss-Nougat-Creme oder auch dem tatsächlich gar nicht so wirksamen Käse. Nämlich Plastik wird nicht schlecht, Plastik schimmelt nicht und da es die Tiere auch nicht ernährt, holt man sich damit auch keine Insektenplage als unschönen Nebeneffekt ins Haus. Zusätzlich ist Nara in unterschiedlichen angenehmen Gerüchen oder auch etwas weniger angenehmen Gerüchen erhältlich, zwischen denen man sich entscheiden kann. Also rein damit in die Falle und los geht's. Spanne die Falle erst direkt vor Ort und pass dabei auch gut auf, sonst gehst du auch noch selbst in die Falle, was den Fingern dann durchaus ein bisschen wehtun kann. Sollte dir eine Maus in die Falle gegangen sein, dann solltest du sie nicht im Nachbarsgarten entsorgen, sondern entsorge sie fachgerecht in der Bio- bzw. Rettmülltonne. Dies ist sogar vom deutschen Tierschutzrecht genehmigt. Diesmal ist das Tragen von Handschuhen sogar noch wichtiger, da Mäuse Krankheiten übertragen können, wenn man dies nicht tut. Falls du dich für eine Lebenfalle entschieden hast, kannst du die Maus fangen und wieder in der freien Wildbahn aussetzen. Wichtig hierbei ist, dass du die Lebenfalle regelmäßig kontrollierst, damit die Maus nicht in der Falle verhungert oder zu lange gestresst ist. Falls du dir unsicher bist, welche Fallentypen du überhaupt nutzen möchtest, schau dir doch nochmal gerne unser Video hier links oben an. Da gehen wir detailliert auf die Unterschiede ein. Die angesprochenen Gorilla Traps findest du in unserem Online-Shop unter futura-shop.de und die kommen auch immer in praktischen Sets mit den Naralur, sodass du direkt auf Mäusejagd gehen kannst. Damit wünschen wir dir dann viel Erfolg und ein erfolgreiches Mäusefangen. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da und abonniere unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Tschüss! Falls du dir noch unsicher bist, welche Fallentypen du nutzen möchtest, schau doch gerne nochmal dieses Video von uns an. Da gehen wir detailliert auf die unterschiedlichen... Moment, welche Richtung? Ich glaube da war das, ne? ... Vielen Dank.